Hallo liebe Brandenburger AfD-Parteifreunde. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz erklären, was uns eigentlich bei diesem Aufstellungsparteitag am Wochenende erwartet. Ihr wisst alle, ich kandidiere. Ich würde mich über eure Unterstützung natürlich freuen, aber in diesem Video geht es gar nicht um Kandidaten, sondern in diesem Video geht es darum, was erwartet euch eigentlich bei dieser Aufstellungsversammlung. Viele von euch haben noch nie einen Parteitag gemacht, sind vielleicht beim ersten Mal dabei und deswegen will ich ganz kurz erklären, was auf uns zukommt. Am Anfang werden nach der Eröffnung des Parteitags die ganzen organisatorischen Formalien geklärt, die man aber machen muss. Zum Beispiel wird die Versammlungsleitung gewählt. Es wird ein Protokollführer gewählt und normalerweise Stellvertreter dazu. Es wird die sogenannte Mandatsprüfungskommission gewählt. Das sind diejenigen, die sozusagen prüfen, wer alles da ist und ob die Leute tatsächlich wahlberechtigt sind. Es wird ein Wahlleiter gewählt und eine Zählkommission wird gewählt und hier bereits der erste Fingerzeig. Wenn ihr selbst nicht kandidiert, wenn ihr also selbst kein Kandidat seid, dann hilft es natürlich sehr, wenn ihr in der Zählkommission mithelft, weil dort eben die Zählkommission die Stimmzettel am Ende auszählt. Und da brauchen wir viele, viele fleißige, helfende Hände, die das gewissenhaft mit auszählen. Dann werden die Modalitäten beschlossen, wie wir die Kandidaten wählen und auch bestimmen wollen. Also, man unterhält sich über Redezeit. Man unterhält sich darüber, wie viele Fragen mit wie vielen Minuten den Kandidaten gestellt werden sollen. Und meine persönliche Einschätzung ist immer, sieben, acht Minuten Redezeit sind rechtssicher, sind gerichtsfest, sind beim Wahlleiter auch anerkannt. Und dann gibt es so normalerweise so zwischen drei und fünf Fragen aus dem Publikum. Wobei ich sage, mehr Fragen sind besser, weil man ja auch als Publikum durch die kritischen Fragen was lernt. Also, wenn die Leute Fragen stellen, dann sind das ja auch Fragen, die auf der Hand liegen. Egal, ob die jetzt aus dem freundschaftlichen oder aus dem gegnerischen Lager des jeweiligen Kandidaten kommen. Das sind Fragen, die relevant sind für die Wahlentscheidung. Und deswegen möchte ich auch jeden einfach bitten, von Anfang an ab Samstag schon dabei zu sein. Ja, es wird sehr viele Vorstellungen geben. Es wird sehr lange dauern, aber es lohnt sich. Wie wählen wir dann? Nun, wir haben in Brandenburg eine besondere Vorschrift in der Landessatzung stehen, die es so in anderen Landesverbänden nicht gibt. Und zwar wollten wir damals, das berührte schon vom Jahr 2014 her, verhindern, dass sozusagen Listenplätze abgesprochen werden. Wir hatten 2014 beim Landeslistenparteitag die Erfahrung gehabt, dass sozusagen die ersten fünf Listenplätze so gut wie abgekartet waren und nach einem vorgeprägten Muster abgelaufen sind. Und genau das wollten wir als basisdemokratischer Landesverband verhindern. Wir wollten keine festgelegten Listen durch Einzelwahl erst Platz 1, erst Platz 2, erst Platz 3, erst Platz 4, sondern wir haben festgeschrieben, die Wahlen erfolgen in einem gemeinsamen Wahlgang, in dem die Reihenfolge der Kandidaten bestimmt wird. Platz 1 wird, wer die meisten Stimmen hat. Das bedeutet, wir werden definitiv keine Wahl eines Spitzenkandidaten an sich haben. Kein Platz 1 wird gewählt, sondern alle treten miteinander an oder gegeneinander, wie man das auch immer argumentieren möchte. Aber alle kandidieren quasi gleichzeitig auf alle zu vergebenden Landeslistenplätze. Was zur Folge hat, dass also wir erst alle Vorstellungen erleben, von circa 30 Kandidaten würde ich jetzt mal so schätzen, und dann in einen Wahlgang gehen, der entweder Samstagabend oder Sonntagfrüh stattfinden kann. Und in diesem Wahlgang kann man dann sozusagen mehrere Kandidaten auf einmal wählen. Es gibt zwei große Wahlverfahren, die in Frage kommen, die ich jetzt an dieser Stelle nochmal ganz kurz skizzieren möchte, mit all ihren Vor- und Nachteilen. Wer sich noch ans Jahr 2019 erinnert, der erinnert sich daran, dass wir Kandidatenlisten ausgedruckt bekommen haben, die ungefähr so aussahen. Da war da Kandidatenname und dann hatte man für jeden Kandidaten Felder mit Ja, Nein und Enthaltung. Dieses Verfahren nennt sich Akzeptanzwahlverfahren. Und das funktioniert so, man kriegt also eine Liste aller Kandidaten ausgedruckt und darf für jeden Einzelnen Ja sagen, Nein sagen oder Enthaltung sagen. Gewählt ist, wer mehr Ja als Nein Stimmen erhalten hat. Die Enthaltungen zählen im Endeffekt nicht. Und dann wird gereiht nach der Anzahl der Ja-Stimmen. Aber nur diejenigen, die mehr Ja als Nein Stimmen erhalten haben, klar. Der Vorteil dieses Wahlsystems ist, dass man jeden Kandidaten im Prinzip wählen kann, den man wählen möchte und die Reihung dann danach vorgenommen wird. Dass man außerdem sozusagen differenzieren kann, ob man neutral zu einem Kandidaten steht oder ob man sagt, dieser Kandidat geht überhaupt nicht in Ordnung, den will ich unbedingt verhindern. Der Nachteil dieses Wahlsystems ist, dass er uns wirklich an den Rand der Leistungsfähigkeit gebracht hat, als wir die Landeslistenaufstellung zur Landtagswahl 2019 hatten. Dadurch, dass ja eben alle diese Stimmen gezählt und geprüft werden müssen und das eben für 60 Kandidaten potenziell durchgeführt wird, braucht die Zählkommission hier Stunden. Und das war wirklich schlimm, weil es eben auch fehleranfällig ist und deswegen war 2019 sogar in der Schwebe, ob diese Landesliste gültig sein könnte, weil man einfach nicht mehr wusste, hat man richtig gezählt oder falsch. Es war schwierig für die Beteiligten. Dieses Akzeptanzwahlverfahren ist zwar recht transparent, aber es ist eben auch schwierig. Das andere Verfahren ist das Gruppenwahlverfahren und das sieht skizziert so aus. In einem Gruppenwahlverfahren definiert man vorab, wie lang die Liste werden soll. Zum Beispiel hatten wir dieses Gruppenwahlverfahren zur Bundestagslistenausstellung 2017 in Rangsdorf und wir haben als Versammlung beschlossen, wir werden 20 Listenkandidaten wählen. Also unsere Liste am Ende, die Bundestagsliste, soll 20 Namen enthalten. Mit dem Ergebnis, dass jeder im Wahlgang auf seinen Wahlzettel bis zu 20 Stimmen schreiben durfte. 20 Positionen, daher 20 Stimmen. Aber für jede Person nur eine Stimme. Wer dann mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten hat, war gewählt und wurde gereiht nach Anzahl der Stimmen. Und das sah dann ungefähr so aus. Auf Platz 1 war irgendwo damals Gauland gewesen mit knapp 200 Stimmen. Das weiß ich noch von 220. Dann Platz 2 war irgendwo bei 190. Platz 3 irgendwo bei 180. Und ich weiß noch sehr gut, wie 4 und 5 aussahen, weil mich das betroffen hat. Platz 4 war Steffen Cotré mit 146 Stimmen. Und Platz 5 war ich mit 145 Stimmen. Daran zeigt sich, auf jede Stimme kommt es an. Weil nämlich eine Stimme mehr zumindest zu einer Stichwahl zwischen Steffen und mir geführt hätte. Und zwei Stimmen mehr für mich mich auf einen doch sichereren vierten Platz gebracht hätten. Damals war nicht klar, ob die 5 zieht oder nicht. Und sie hat ja dann Gott sei Dank gezogen. Also es gibt dann eine Reihung nach den abgegebenen Stimmen. Und danach werden sozusagen die Kandidaten sortiert. Aber nur die, die mehr als die Hälfte der Stimmen erhalten haben. Das hat dazu geführt, dass wir in Rangsdorf damals acht Plätze im ersten Wahlgang durchgekriegt haben. Dann hatten wir noch einen zweiten Wahlgang, wo vier Plätze nachgewählt worden sind. Also eigentlich hatte man dann wieder zwölf Stimmen, weil wir wollten ja auf 20 kommen. Aber nur vier haben es dann über 50 Prozent geschafft. Und dann haben wir irgendwann gesagt, komm, zwölf Leute reichen auch aus für die Bundestagsliste. Wir beenden jetzt die Wahl. Mein persönlicher Favorit ist tatsächlich dieses Gruppenwahlsystem, wo wir sozusagen nur 20 Kandidaten oder 10 oder wie auch immer lang die Liste sein soll. Eine Variation wäre auch, dass wir sagen, wir wählen quasi mehrere Listen hintereinander und wählen immer fünf auf einmal oder so. Dass wir erst die ersten fünf Plätze haben, dann die zweiten fünf Plätze und so weiter. Aber mein Favorit ist tatsächlich der, weil wir eben nur im Endeffekt bis zu 20 Stimmen zu zählen haben. Man kann auch nur zwei oder drei abgeben und dann ist die Zählkommission logischerweise schneller fertig. Deswegen ist das mein Favorit. Meine Empfehlung ist tatsächlich auch, gerade im ersten Wahlgang, weil wir eben ja noch einen zweiten und gegebenenfalls einen dritten haben werden, wirklich nur die Namen aufzuschreiben, von denen man sagt, ja, den will ich im Bundestag haben. Warum? Wenn wir gleich am Anfang 20 Stimmen vergeben, bei 20 Listenplätzen zum Beispiel, dann ist ja quasi ziemlich gleichgewichtet. Auch wenn ich einen Kandidaten eigentlich mag, aber ich bin der Ansicht, der sollte lieber auf Platz 10 als auf Platz 1 zum Beispiel. Dann wäre es logisch, dass ich ihn im ersten Wahlgang nicht wähle, im zweiten dann aber sehr wohl. Und das ist genau das, was ich anregen möchte. Lasst uns im ersten Wahlgang auf die Kandidaten konzentrieren, die wir wirklich im Bundestag haben möchten. Wir haben hier eine Aufgabe. Wir haben eine große Verantwortung für unser Vaterland. Wir müssen Deutschland beschützen und retten. Dafür treten wir alle Kandidaten ja an. Aber jeder Wähler sollte wissen, gut, die drei oder vier Leute will ich im Bundestag haben oder fünf. Das letzte Mal haben fünf Listenplätze gezogen. Dieses Mal rechne ich persönlich mit vieren aufgrund der Wahlrechtsreform. Also man sollte sich vier oder fünf Leute überlegen, die man hier haben möchte und wählen. Und dann kommen die entsprechend über die 50%-Hürde oder nicht. Und dann kann es so weitergehen. Und im zweiten Wahlgang dann eben weitere Kandidaten, die man sich gut vorstellen kann für das Gruppenwahlverfahren. So, das war eine ganz kurze Einführung, was uns so am Wochenende erwartet. Ja, wie gesagt, wenn wir dann fertig sind, dann müssen die Kandidaten ihre Wahl annehmen, müssen also sagen, jawohl, ich nehme die Wahl an. Und dann sind sie gewählte Kandidaten für unsere Bundestagsliste, für den Deutschen Bundestag. Dann werden wir den Nationalhymne singen und der Parteitag geht auseinander. Wenn Sie selbst kandidieren wollen, braucht man ein paar Unterlagen. Das ist ja auch in der Mail rumgegangen von der Landesgeschäftsstelle. Man braucht die Zustimmungserklärung für die Landesliste. Man braucht eine Wählbarkeitsbescheinigung, die man bei der eigenen Stadt oder Gemeinde bescheinigen, also stempeln lassen muss. Und man braucht ein Führungszeugnis, das man beantragt haben sollte, weil jetzt kommt es nicht mehr rechtzeitig, wenn man es jetzt beantragt. Ja, das sind so die nötigen Details. Erstmal ganz am Anfang. Gerne stehe ich für Rückfragen zur Verfügung. Und ich freue mich, wenn wir uns alle in gewohnter Frische an diesem Wahlwochenende sehen. Es ist ein wichtiger Tag. Bitte, bitte kommt, bitte kommen Sie nach Frankfurt oder wählen Sie mit und gestalten Sie die Zukunft Deutschlands mit. Es handelt sich um eine wesentliche Vorwahlhandlung zur Deutschen Bundestagswahl und Sie können dabei sein. Seien Sie auch dabei. Vielen herzlichen Dank und viele Grüße. Tschüss.